jo freunde was geht ab und herzlich willkommen zu meinem video auf meinem kanal afufu und heute seht ihr schon ich bin hier in fortnite und vielleicht habt ihr schon am fang oder am titel hier sind heute also es ist so ein item wie die spider-man handel wieder reingekommen ja das werden wir heute testen in diesem video lasst ein like und ein abo da und ich würde sagen wir sehen uns in der runde bis gleich so freunde hier sind wir also im public gibt es dir jetzt anscheinend auch nicht nur in arena ja also ich denke ihr habt schon bei anderen youtuber wie wannabe oder so gesehen wo es die gibt ja weil also ich weiß nur dass es die hier so gibt ja ich habe heute eine gamemaster maske auf und ich habe ein neues headset aber ich glaube das ist da wenn ich mich nicht ganz müsste da aber sein da werden immer welche mit kommen aber müssen halt einfach glück haben dass wir die bekommen wir nennen die spiderman hände weil das sind halt spiderman hände 2 0 die haben 30 schuss in public also in normalen und in arena haben die zehn schuss ja zehn schuss hatten die zwei meinen hände auch immer genau so da hinten das lilan ding da der ist über mir das heißt wenn er dahin geht wird er nicht vor mir da sein ok ja das macht das ultra geil ist halt ich beide meine hände sind einfach wieder im spiel voll geil die sind so geil sind halt einfach wie die zwei meine hände nur ein bisschen weniger schuss und das statt spart es weiter benetzen halt zum teil dinger sind und man kann auch diesen speed das ist halt ein bisschen aus wie eine waffe finde ich so sieht das alte aus ja das ist doch dieser roboter arm lol oder ich glaube das ist dieser roboter arm von dem roboter aus dem live wenn ich das ist halt geil ja dann nehme ich mit warte mal ich glaube ich habe etwas herausgefunden wenn man auf den boden kommt hat man ist und cool da und aber ich glaube man hat noch eine kurze zeit ja man hat noch eine kurze zeit um sich dann weiter zu etwas zu werbeln erstmal so ein stein so was geht das lol das geht das geht das hat das geht das ich bin spiderman Das ist so geil. Die sind gleich schon leer. Es ist halt doof, dass sie so wenig Schüsse haben. Ich denke mal, Epic wird dir noch mehr Schüsse geben bald. Weil 30 Schüsse ist nicht gerade viel. Man müsste die sich halt fürs Endgame aufbewahren. Dass man dann schnell abhauen kann, wenn man muss oder so. Das kann man auch so, aber man darf die halt nicht so schnell verwenden. Äh, ja. Was hat der? Gold oder Nieder? Gold! Yo! Ero. Danke für die goldenen Waffen. Nice, nehme ich. Oh, nehme ich auch. Und, bitte mal Eier. Yo! Die ist noch geiler. Okay, nehmen wir oben nochmal ab. Für die Ehrenlosigkeit. So. Ich hätte es in Karma bekommen. Okay, ähm. Zone sind vier. Hinten wird geschossen. Können wir mal hin. Miau. Aber es ist so geil, ne? Es sind halt einfach Spider-Man-Hände 2.0. Kann man da mit rannehmen? Nö. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Batman. Ich weiß nicht wegen so ein Gravelling Hulk oder so. Nennt man das so geil. Yo! Kann man da mit Bunny hoppen? Lass mal gucken, lass mal gucken. Ist ja geil. Das ist halt das Nerfigirl. Das ist halt das Nerfigirl. Das ist so lange nachgeht. Nö. Das geht nicht. Obwohl man das nicht mit Sliden. Lass nochmal was probieren. Nö. Das geht nicht. Okay, jetzt die letzten sechs Schuss behalte ich mal auf. Ich habe auch neulich so ein Gegner. Können schreibt mal rein, wenn ich mein Facecam irgendwie Wondersinn machen soll. Ich weiß nicht gerade wie. Ich glaube hier unten, wie da so, ist mein Fortnite-Skin. Ich bin da so. Ich kann das halt nicht sehen. Das kann mein Fortnite-Skin sein. Was geht ab? Okay, fliegt mal schön. Ich würde das mal wieder machen. Let's go, I'm a Rifen. Let's go. Ich weiß noch dieses Item, ne? Das war so geil. Kann man nicht? Ich... Och man, ich wollte mich damit gröbeln, ey. Yeah. Warte, geht das? Mann, das haben die rausgenommen. Woll, man kann doch E-Mots machen, warte. Oh nein. Das ging. So. Das kann gar nicht mehr. Okay. Ich schreib mal rein, wie ihr den neuen Baum findet. Ich finde den ganz okay. Aber die neue Season finde ich irgendwie nicht so geil. Also ist nicht die beste Season. Also von mir aus das neuste, also das coolste, was neu ist, ist auf jeden Fall dieser Teddybär mit den Ballern. Aber ich denke mal irgendwann in den nächsten Tagen wird ein Item reinkommen, dass man die Baller auch aufladen kann. Vielleicht Batterien oder so. Das rette die Welt. So viel ist möglich. LoL! Es gibt einen neuen Sound, wenn man den Levelaufstieg macht. Also so... Wenn ihr vielleicht gehört haben. Ich habe mir gedacht, wie ich den Sound gemacht habe. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Äh, okay. Eigentlich habe ich mich nicht erschrocken. Aber das ist ja viel komisch ist. Warte. Mythe. Kann man sich auf einem Wolf gradeln? Das wird dir safe nicht gehen, oder? Nee. Lol. Tornado. Ich komme. Nein. Wir können die Schüssel mehr. Ah, es ist weg. Oh. Aber halt, der Tornado. Ich finde es geil, dass die Tornados wieder reingemacht haben. Die Tornados waren auch ziemlich beliebt, glaube ich. Man kann halt so easy in die Zone. Vielleicht wüsste ich es auch noch nicht, aber oben rechts auf der Minimap hat der Tornado jetzt so ein Zeichen. Lass mich mal das lang sein. Vielleicht hat der goldene Waffen. Der hat blaue. Wow. Egal. Vielleicht kriege ich ein Eier. Da. Ist voll leicht. Was geil ist eigentlich. Oh, eine Pflanze. Eine Pflanze. Eine hier. Achso, ich habe schon meine Pflanze. Und noch eine Pump. Und jetzt baue ich den Baum ab. Yeah. Wir sind wirklich ganz kurz vor den 100 Abonnenten. Deswegen würde es mich halt ziemlich freuen, wenn ihr die 100 Abonnenten vormachen könntet. Ich glaube, es fehlen noch 8. Vielleicht, wenn das Video rauskommt, ein bisschen weniger. Wäre cool. Vielleicht habe ich sogar schon 100 Abonnenten, wenn das Video rauskommt. Das musste ich rauskacken. Ihr habt nämlich nichts gesehen. Ich habe das Wildschwein nur gestreichelt. Hm, stimmt wirklich. Ich habe das Wildschwein wirklich nur gestreichelt. Und dann hat es ein Skybase gemacht. Und dann ist es runtergesprungen. Deswegen. Da konnte ich halt nichts machen. Was macht dieser Stein da? Ich sehe, der war nicht, wenn er dagegen schießt. Aber er hat die Gegenhaut. Yeah. Boom. Was ist denn da hinten los? So war es. Von hier wurde der Stein da raus. So. So. Ein bisschen mehr Sliding. So. Wie geht die Runde eigentlich schon ganz schön lange? Ich glaube, so 10 Minuten geht es schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, geil. Guck mal, da passt nur goldene Waffe. Rift. Let's go. Dann kriege ich die Gegner hin. Woh! Oh! Let's go! Am letzten krassesten High Ground. LOL! Hier ist dieser Roboter! LOL! Hier warte, ich geh kurz auf die Geilbahn. LOL! Das wusste ich gar nicht! Wann sind wir dieser Roboter? Dieser Schutz von dem Roboter ist ja einfach... Was ist das? Oh, das kann man abbauen. Kann man die Hand dann auch abbauen? Das wäre lustig. It's not working! Das sind coole Spitzhacken für Switch-Spieler. Das sind einfach die Switch-Farben. Okay! Äh... Wuhu! 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 Nein! Oh! Ja, okay Freunde, ich würde dann sagen, das war's auch mit diesem Video hier. Und... Ciao, ciao! Wuhu! AUF Tiedz auf, was du mal nicht schoen! Wuhuuuh. Wuhu! Wuhu? Wuhu! 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 Bis zum nächsten Mal.